normalerweise dauert diese extraktion eigentlich mehrere tage dadurch dass natürlich hier du kannst nicht jetzt hier drei tage halt reisen um halt da hinzukommen deswegen ist es etwas schneller sakura hat keine titten controllo まずはこの岩をこわす 頼むぞ sakura nice Nice. Ich frag mich immer noch, warum sie das nicht direkt auf den Gegner draufhaut. Der von dir geschaltete Charakter ist jetzt Naruto. Ich find's cool, hier unten die Füße leuchten, weil man da halt auch diese Chakra natürlich die ganze Zeit konzentriert. Ist los, rin geht's da. Okay, dann gehen wir. Ziggi! Direkt hinein. Hm? Das ist... Ah! Eher... Dass die Räume es jetzt rausgeißen, wie sie auf den Türen kommen haben. Oh, das ist das Ding, doch. Es muss sich nicht sagen, den Türen kommen. Also, diese Räume meinen neuen Jungs wird sie wieder auf diesen Hügel gehen. Sie haben liege noch einen Tag, dass der Kurs nach einem Kurs-A-Türen kommt. Ich glaube, der Kurs geht. Ich angefangen, dass die Räume beim Zuck-A-Türen geht, den Türen geholt. Wo ist das? Wie ist das eine wesentliche, Frau? Das ist der erste Mal. Du musst ganz schön trinken. Was ist das? Achtung? Es gibt noch ein wenig Fähigkeiten, oder? G-Gahara? Möhrer! Möhrer! Ich bin der Mann! Das ist der Mann. Das ist der Mann, oder? Hm? Frau, wenn man das sagen kann, dann wird es vielleicht passieren. Das ist der Mann. Das ist ein Einzelnen, was wir. Hm. Hey, der Nürnberg ist ein Einzelnen. Machst du einen Schiff auf. Die Art von der Art von der Art von der Art von Kürbien ist, wenn man nicht mehr als ein starkes Fisch will, wenn man sich nichts mehr fühlt. Das ist ein Einzelnen, was das Kürbiener von Kürbien. Ja. Das heißt, ich will das Kürbiener für uns, was wir. Woher will er wissen, dass Chiyo gut ist? Oh, das ist die Ruhe vor dem Sturm, Leute. Jetzt gibt es das Eingemachte. In der Fräse. Die Blinzen eilen nie. Oh, das ist die Ruhe. Das ist die Ruhe. Das ist die Ruhe. Das ist die Ruhe. Das ist eine gute Rede. Das war's für mich. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Aber es ist gut, dass ich mich gerne anruhe. Was? Hiruco hat sich verletzt. Hiruco? Der Mann hat sich vorhin als Hiruco zu sagen. Ja, was ich verletzt? ... ... ... ... ... Ich habe mich überrascht, was ich. Ich habe mich auch überrascht. Ich würde mich überraschieren, wenn du mit dir bist. Ja, Herr Schroeder. Ich werde mich überraschieren. Ich werde mich überraschieren. Ich werde mich überraschieren. Oh, das ist das, was du mit deinem Wäscher und das zwei, was du mit deinem Wäscher gemacht hast. Ah, das stimmt. Das stimmt. Du hast die erste Kugel gemacht. Das ist dein Vater und dein Vater. Wie soll ich das noch so machen? Ich habe auch schon gesagt, dass ich das nicht so mache. Wenn ich das nicht so mache, dann kann ich das nicht so machen. Es ist schon ein bisschen interessant, wie man es hier abgestumpft hat im Gegensatz zu den richtigen Kampf-Szenen. Ist schon ganz komisch. Da hat nämlich Sakura seine Hiroyu-Rüstung, wie sie das Ding hieß, hat es nämlich zerstört. Und ja, sie wunderte sich eigentlich, dass er überhaupt noch so jung ist. Das findet er normalerweise sehr seltsam. Die Besitzung der Wache ist nicht möglich. Bla, bla, blub. Ja, bleib stehen! Alter, wenn ihr wisst, wer das ist, ne? Das ist nämlich der erste Boss von Sunagakure gewesen. Und der war einfach mal übermächtig mit seinem Special-Sand. Und jetzt stirbt halt Boom! Ja, steh auf! Kleine Schwuchtel! Na los! Mach was! Sonst wird's langweilig! Holy shit! Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Nein! Das war langsam. Hab ich! Nein! Runter! Nice! Nein! Was war das denn? So. Hab ich mich verdrückt hier. Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Denn das ist toll. Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Was soll ich drücken? Oh! Die Not toll! Auf zu der 100 Marionetten Sakura gegen Sasori Sasori von Marionetten umgeben Blockieren sie deinen Weg Ist Sasori von Marionetten umgeben Blockieren sie deinen Weg Suche eine Lücke, greif an und ziehe dich zurück Benutze deine Hilfe Um die Marionetten aus dem Weg zu räumen Ganz auf den Rücken BOOM 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 Steh auf Du hässliche Stück BOOM 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 Ich lasse dich so schnell, dass ich dich nicht abhauen Das kannst du vergessen, Alter Ich werde nicht annähernd darauf warten, bis du wieder aufstehst Haben wir uns verstanden, du dummes Stück Fidu Damit wirst du direkt einen aufs Maul kriegen Steh auf Und direkt draufschlagen Da kenne ich wirklich nichts mehr Normalerweise ist es wesentlich schwieriger Aber ich hätte nie gedacht, dass das echt funktioniert Einfach draufschlagen BOOM BOOM Okay Okay, jetzt hat er doch Okay, ausreichen Alter, ich bin so schlecht Ja, ist gut Alter 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 Du dummes Drecksvieh, Alter Ich mache dich so fertig jetzt Und damit meine ich auf die Böse Art und Weise Okay, ausreichen Ich bin doch ausgewichen Alter, hör doch mal auf, direkt auf ihn drauf zu fliegen Das heißt Ey Leute, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann machen, was ich will Alter, ich kriege gleich wieder Kotzkrampf Guckt euch an, ich kann gar nichts machen hier Meine Fresse Runter jetzt mit dir Steh auf Das war schlecht Ich bin sich nicht Ja, ich bin nie Nice Jetzt Ich erstmal függen Ich bin macro Ich bin froh Ich bin froh Ich bin froh oh shit Shaft In Ordnung oh fuck ja Ja, ja. Eeeh, das war nett. Oh, das war knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war aber jetzt auch ein Scheiß, Alter. Schwarzes Gold. Lol. Nice. Yoi. Minato Namikaze. 580.000 Sturmpunkte erreicht. Neuer Charakter jetzt verfügbar. Oh, cool. Wahrscheinlich jetzt Minato.